Digitale Technologien führen dazu, dass Unternehmen nicht nur ihre Prozesse und Produkte innovieren müssen. Auch im Hinblick auf ihre Geschäftsmodelle stehen sie unter einem zunehmenden Veränderungsdruck. Mithilfe von digitalen Geschäftsmodellinnovationen kann es Unternehmen gelingen, dass Nutzenversprechen gegenüber ihren Kunden, ihre Wertschöpfung und ihre gesamte Ertragsmechanik fit zu machen für einen zunehmend digitalen Wettbewerb. In einem groß angelegten Forschungsprojekt mit knapp 1500 Unternehmen aus Deutschland haben wir untersucht, welche Faktoren die erfolgreiche Entwicklung von digitalen Geschäftsmodellinnovationen bestimmen. Ganz konkret haben wir beobachtet, welchen Einfluss Eigentümerfamilien und sogenannte dynamische Fähigkeiten dabei haben, digitale Geschäftsmodelle erfolgreich umzusetzen. In der Praxis gestaltet sich die Entwicklung von digitalen Geschäftsmodellinnovationen oft schwierig. Das liegt unter anderem daran, dass sie im Vergleich zu konventionellen Innovationen sehr viel komplexer sind. Sich stetig sehr dynamisch weiterentwickelnde Technologien, regelmäßige Anpassungen und ein fortwährender Kreislauf des Experimentierens machen die Umsetzung digitaler Geschäftsmodellinnovationen besonders wissensintensiv. Die Anfälligkeit für Cyberangriffe und offene Fragen im Bereich des Datenschutzes führen dazu, dass digitale Geschäftsmodellinnovationen oft als besonders risikoreich wahrgenommen werden. Darüber hinaus stellt die Einbindung völlig neuer Kundengruppen, zum Beispiel von Online-Communities, das Marketing der Unternehmen vor große Herausforderungen. In Bezug auf unsere quantitative Studie zeigt sich auch genau das. Die dynamischen Fähigkeiten der Wissensverwertung, des Risikomanagements und des Marketings sind wesentliche Treiber der Umsetzung digitaler Geschäftsmodellinnovationen in Unternehmen. Betriebe müssen zunächst einmal diese dynamischen Fähigkeiten aufbauen. Danach sind sie in einer sehr viel besseren Position, digitale Geschäftsmodelle erfolgreich umzusetzen. Es zeigt sich aber auch, dass es Unternehmen mit einem besonders hohen Einfluss der Eigentümerfamilie leichter fällt, diese dynamischen Fähigkeiten zu entwickeln und digitale Geschäftsmodellinnovationen umzusetzen. Durch generationenübergreifende Lernmechanismen können Eigentümerfamilien einen besonders reichen Wissensschatz in das Unternehmen einbringen. Der Wunsch, die Reputation des Unternehmens langfristig zu wahren, führt zu einer besonders sorgfältigen Abwägung von Risiken. Und langfristige, vertrauenswürdige Kundenbeziehungen gehen ebenso mit dem Einfluss der Eigentümerfamilie einher. Beste Voraussetzung also, die dynamischen Fähigkeiten aufzubauen, die es für die Umsetzung von digitalen Geschäftsmodellinnovationen braucht. Obwohl die bisherige Forschung einen eher pessimistischen Zusammenhang zwischen dem Einfluss der Eigentümerfamilien und radikalen Innovationen gezeichnet hat, zeigen wir, dass die Karten für digitale Geschäftsmodellinnovationen neu gemischt werden. Eine hervorragende Ausgangssituation also für die Unternehmen, die ihre digitale Zukunft jetzt angehen möchten.